Jo Leute, was geht? Ich bin Kevin Zett auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video werden wir eine coole Challenge machen, natürlich in Solo. Wir dürfen nämlich kein Healing benutzen, der Titel oder der Name von der Challenge sagt schon alles aus. Wir dürfen nämlich gar kein Healing benutzen, wir dürfen nicht Minis benutzen, wir dürfen keine Verbänder benutzen, wir dürfen kein Midi-Grid benutzen und so weiter und so fort, Leute. Lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und zieht die Glocke, denn wir sind kurz vor den 100 Abonnenten. Und bei 100 Abonnenten werde ich natürlich ein Special-Video machen oder auch eine Verlosung, Leute. Deswegen lohnt es sich, auf Abonnieren zu drücken. Danke an jeden, dass es macht. Viel Spaß mit dem Video, Leute. So, Leute, wir sind jetzt drin. Ich werde jetzt überlegen, wo ich landen werde. Sagen wir mal, ja, okay, komm, ich lande Condo Canyon. Echt nice Start, Leute. Also das ist meine erste Runde für den heutigen Tag. Deswegen erwartet wirklich nicht so viel von mir. Okay, da ist unser erster Gegner. So. Achso, das ist kein Gegner, aber da war ein Gegner, ja, ja, ja. Oha. Vielleicht hört ihr es, meine Maus macht jetzt keine Geräusche. Also, ich glaube, das hat vielen von euch genervt. Deswegen hat mein Vater mir eine neue Maus gekauft. Also echt, echt cool. So. Oha. Holen wir den oder nicht? Okay. Ja, ey. Ja, was macht ihr jetzt? Ja, okay, kannst selber kämpfen. Ja, ey, nein. Diese scheiß IO-Wachen haben einen Kill gesteilt. Ja, und jetzt muss ich gegen die kämpfen, oder was? Hoffen nicht. Ist auch so lost von ihm, dass er... Ach, Digga. Komm, Junge. Er hat mir komplett... Ja, das ist so scheiße, Leute. Wir haben jetzt fast kein Leben mehr. Und wir dürfen halt sonst nicht healen. Das ist auch so dreckig. Lol. Lolololol. Richtig. Richtig. Und richtig. Und dann sagen wir noch einmal... Noch einmal. Wichtig. Ah, dieser Fischi. Das sammeln wir ein. Oh, ganz wichtig, Leute. Ganz wichtig. Was habe ich eigentlich gerade gemacht? Leute, wir bräuchten jetzt ein bisschen Munition. Ah. Das ist mies, Leute. Mies. Echt mies. Let's go. Mh, doch nicht. Let's go. Ähm. Lol, was macht er, die Schild? Brä. Brä. Das sind Gegner. Egal, Leute. Wir gehen dann auf die Gegner pushen. Scheiße. Ich habe aus Versehen... Der wird einfach entführt. Egal, egal. Nein. Nein. Ich habe euch nichts getan. Als ob ich jetzt bestraft werde. Richtig. Ey, Leute, aber das feiere ich richtig doll. Ich bin damit jetzt zwar nicht so gut, aber trotzdem, das ist echt nice. Wo ist der Gegner jetzt? Ja, Junge, was habe ich euch getan? Let's go. Ey, das ist so cool, Leute. Ich, nein, das habe ich... Oh mein Gott. Das ist so cool, Leute. Ich feiere das so hart. Wie findet ihr das? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, ganz wichtig. Da war ein Gegner, Leute. Oder das war der blöde IO-Woche. So. Äh... Ja, das ist ein echter Gegner. Ja, Mann! Unser nächster Kill, Leute. Ich habe halt gar keine Munition mehr. Das ist echt schlecht. Echt schlecht. Pff. Tschüss. Pff. Hat er gegen einen echten gespielt? Ja, ja, ja. Ganz wichtig, Leute. Ganz wichtig. Ja, äh, ja. Wahrscheinlich. Wie viele sind hier eigentlich? Ja, okay, Leute. Jetzt dürfen wir auf keinen pushen gehen, weil wenn wir jetzt pushen gehen, dann sind wir tot. Das ist so schwer, Leute. Das ist viel schwerer, als ich gedacht habe. Leute, schreibt mir auch neue Videoidee in die Kommentare. Weil, Digga. Ich habe einfach gefüllt gar keine mehr. So, Leute. Jetzt müssen wir safe spielen. Wir haben nur drei Kills. Das ist zu wenig, Leute. Wir müssen ganz safe spielen. Und dreckig. Dreckig müssen wir jetzt auch spielen, Leute, weil wir wollen wir einen Kill machen. Wir werden dann eben mit, ähm, hier so einen Kill machen. Jetzt brauchen wir nur noch Gegner, aber einen richtig schlechten Gegner. Das wäre perfekt. Das ist ein Gegner. Dann müssen wir eben hier so machen. Das ist ein IO-Wache. Auch ein IO-Wache. Wo ist denn jetzt der Gegner? Okay, Leute. Die Challenge ist wirklich viel schwerer, als gedacht. Ihr könnt die auch gerne alleine ausprobieren und schreibt mir dann in die Kommentare, welche Platzierung ihr geworden seid und welcher Platz. Würde mich wirklich ganz doll interessieren. Wir dürfen nicht gekillt werden, Leute. Stark! Komm! Nein! Der haut ab! Leute, ganz, 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 ganz schlecht. Leute, Leute, nein! Nein! Wir wurden gekillt! Scheiße, Leute! Wir werden jetzt noch eine Runde machen. Greasy Grow landen. Also, diese Runde werde ich versuchen, wirklich mehr Kill zu machen und ein bisschen defensiver spiele ich. Ich werde nicht pushen gehen. Kommt drauf an, welcher Gegner das ist. Wir brauchen eine Waffe. Healing dürfen wir leider nicht. Healing dürfen wir leider nicht. Leider, leider. Wichtig. Was habe ich dir getan? Nein! Ja! Wichtig, wichtig, wichtig! Wichtig, Leute! Oh! Wir könnten jetzt wirklich Healing gebrauchen. Leute, wir haben ganz wenig Leben. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich! So, Leute, jetzt erstmal kurze Pause. Denn ich habe aus Versehen im Inventar ein Medikit mitgenommen. Aber, Leute, das Medikit habe ich nicht benutzt. Deswegen habe ich die Regeln auch nicht gebrochen, Leute. Und jetzt euch noch viel Spaß mit dem Video. Komm, wir machen so. Das ist echt gefährlich, Leute. Jetzt noch rausgehen. Also, let's go, let's go, let's go! Lol! Was macht der? Jammer, Leute! Was hat der gerade gemacht? War ja offline. Ah, mies! Ah, der Arme. Aber egal, Leute, das ist ein Kill. Kill ist immer wichtig. Ja! Lol! Ja! Leute! Lol! Wir haben den gekillt. Nice, Leute. Nein, 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 nein. Der Arme, der Arme. Der Arme. Wichtig, wichtig, wichtig und richtig. Wichtig, Leute. Das ist wichtiger als wichtig. Unser vierter Kill. Hä? Ich, hä? Ich hätte nie im Leben gedacht, dass die Runde so gut laufen wird. Also, Digga. Dafür muss man Like dalassen, Leute. Also, dafür. Das ist echt krank, Leute. Meiner Meinung nach. Ah, ich dachte, das wäre ein Gegner. So. Hä? Jetzt ist die große Frage, warum ich Medi-Kids dabei habe. Das ist die große Frage, Leute. Warum habe ich eigentlich Medi-Kids? Was? Way übertreib! Was? Der nimmt es komplett ernst. Was? Hä? Oh, mein Gott. Ich habe die Waffe noch nie im Spiel gesehen. Ja, die ist neu. Deswegen war heute bei Update. Ja, scheiße. Egal, Leute. Die Runde war echt gut. Muss ich wirklich zugeben. So, Leute. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Es würde mich so doll freuen und unterstützen, wenn ihr auf Abonnieren klickt, weil wir sind kurz vor den 100 Abos. Ja, Leute. Teilt gerne dieses Video an eure Freunde und so weiter und so fort. Danke an diejenigen, der es macht. Ciao, ciao.